Was ist denn das für eine Sauerei? Ein Tierfilm. Das ist der Hals von einem Pferd. Die geilste Komödie des Jahres. Ekelhaft. Doktorspiele. Ich weiß, was ein Porn ist. Ich hab auch schon mal einen gesehen. Ist jetzt nicht so mein Ding, aber wenn ihr euch gerne extrem große Geschlechtszelle anschaut, dann bitte. Ab 28. August im Kino.